Auf Platz 4 im Greifen sehen wir den Flütsch Marco mit dem Buchmann Michael. Flütsch! Und auf Platz 3 im Schwingen der Rinao Narel mit dem Büsser Remo. Auf Platz 3 im Schwingen der Rinao Nel-Gehäu. Sovor er der Rinao Appetit werden? Er hat sich noch festgestellt. Der Rinao Narel-Gehäu. I нас Niele auf Platz 4 im Schwingen. Bei Giffshorn Da笑te Schöpfen Was schöpfe Schöpfen Hier ist es ein bisschen. Oh nein. Schön, ein bisschen. Komm, 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 komm! 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 Das ist der hinteren die Mäste. Ja, das kann ich ruhig hinteren. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Ich habe weitere Fahrungen vom 6. Gang. Folgende Schwinger auf Platz 1 angetreten. Bernold Christian, Peng Maik. Horner Peter, Krebuel Lukas. Oder Matt Christoph, Reichen Roger. All diese Schwinger auf Platz 1 angetreten. Auf Platz 2 angetreten. Koch Reto, Örtik Dominik. Kolb Pirmin, Landolt Reto. Jöl Christian, Jörger Corsin. All diese Schwinger auf Platz 2 angetreten.